Nächster, bitte! Nächster Bremsschlag? Ja, klar. Das ist ja ganz schön wenig. Bei 260 reicht es allemal. Wo fliegen sie eigentlich, wenn sie vom Internet zum Stehen kommt? Stimmt. Warum? Man weiß es ja nicht genau. Ja, dann haben wir noch eine Lenkbewegung mehr dazu, ne? Und die Beobachtung klappen. Nächster, bitte! Ja, hat doch gut gelacht. Na, mal! Die blüte Hüte, das rote Zeug sehe ich fast gar nicht auf den nassschwarzen. Ja, klar. Krass, ich sehe die Hüte erst im letzten Moment. Krass! 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 Ja! Nächster bitte! Ja, passt doch! Krass! Halt! Ja! Krass! growing up! ausfahren. Mal gucken, wie das Thema weitergeht. Drehen, 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 rum, 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 wunderbar, gerade lenken wieder, jawohl. Und gleich innen rein, zwei, drei rum, wir müssen ein bisschen Gas geben. Und ramba, ramba, ja genau. Voll im Regelbereich, kann überhaupt nichts passieren, wenn Sie dementsprechend bitte denken. Ja, rückwärts durch Wasserhindern, das geht auch. Nächste bitte. Ja, da sind Sie etwas durch die Garage hindurchgeschossen. In der TET ging auch noch ein bisschen mehr zu beschleunigen, dass wir da mal richtig Butter bei den Fischen machen. Ja, da sind Sie schon da auch. Ja, da ist der Nächste. Der Nächste. Und der Nächste, der kann schon durchstarten. Und der Nächste. Untertitelung des ZDF, 2020